Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und wir kommen wieder zu einem Kommentarteil und Beantwortungsteil. Mein Prolog wird immer kürzer, denn mittlerweile kennt ihr das Format, wer es nicht kennt, schaut mal vorbei. Es geht nicht nur darum, dass das immer die Leute schauen, die diese Fragen gestellt haben, das habe ich glaube ich noch nie erwähnt, sondern natürlich für alle da draußen, die eine ähnliche Frage hätten oder die auch einfach mal zuhören wollen, was ich dazu sage. Denn in diesen, glaube ich, Videos gibt es somit das meiste zu lernen, weil ich so viele Themen anspreche und weil so viel auch Informationen in Nebensätzen sind. Insofern, glaube ich, für jeden da draußen ein ganz interessantes Format. Schaut einfach mal rein, auch wenn eure direkte Frage nicht darin vorkommt. Mal sehen, wie sich das Format durchsetzt. Also, wir gehen jetzt mal direkt weiter. Yvonne Vegan, minimal ehrlich, langer Name, schöner Name, hat geschrieben, Ich habe auch von Ganzkörper auf Split umgeschwenkt, auch gleich Vierer, weil es mir sinnvoll erschien. Ich trainiere im Homegym nur mit Langhantel, Kurzhantel, Bank und Klimmzugstange. Könntest du mal auf sowas eingehen, also ein Training ohne jegliche Maschine? Ja, mache ich gerne. Jetzt kommen wir aber zum wichtigen Teil, weshalb diese Frage es hier reingeschafft hat. Und noch eine Frage zum Beintraining. Warum keine Kniebeugen und Hips-Rusts? Tatsächlich ist ihr aufgefallen, sehr aufmerksam Yvonne, dass ich Kniebeugen so ziemlich nie drin habe. Und ihr habt vor euch einen Bodybuilder, der noch nie Kniebeugen im Trainingsplan integriert hat. Natürlich habe ich es ein paar Mal ausprobiert, aber ich habe sie nie fest integriert. Das hat tatsächlich einen Sinn und ist nicht nur einfach Faulheit und Beintraining oder sonst was. Wer glaubt, ich bin ja sowieso der Kandidat, der keine Beine trainiert, obwohl ich auch immer das verfechte, dass ihr euch nicht da draußen anmachen lassen sollt, nur weil ihr keine Lust habt, Beine zu trainieren. Es ist Bodybuilding. Deswegen da gibt es keine Verpflichtung zu irgendwas. Wenn ihr den Bizeps nicht trainieren wollt, trainiert ihn nicht. Ihr macht immer noch eine ganze Menge mehr als jemand, der nichts macht. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Grundsätzlich zu meinen Beinen, so sehen sie aus, wenn ich sie drei, vier Wochen trainiere. Und ich finde, es ist gar nicht mal so schlecht. Natürlich kann es viel krasser sein. Und ja, mein Rücken ist auch krasser. Könnt ihr aber selbst beurteilen. Warum mache ich denn trotzdem keine Kniebeugen? Das kommt zum einen daher, dass ich aus dem Breitensport komme. Ich habe die längste Zeit meines Trainingslebens, 15 Jahre davon, habe ich Basketball gleichzeitig gespielt. Kniebeugen sind da nicht besonders gut, weil davon muss sich viel von eurem gesamten Beinapparat erholen. Gerade die Kniegelenke, die Sehnen. Und wenn man dann auch noch kräftige Beine hat, wie ich, und das Ganze macht, dann ist da viel Gewicht drauf. Das ist für den Rücken und für die Knie und für die Beine und für die Fußgelenke nicht gut, wenn ihr dann auch noch dreimal die Woche anderthalb Stunden lang rumspringt. Das ist nicht sehr förderlich. Dann könnte man es mit kleinerem Gewicht machen und so weiter. Ist aber da einfach nicht nötig. Man kann die Beine auch anders trainieren. Das ist das eine. Jetzt kommt das zweite Argument, weil das hier fällt vielleicht für viele weg, die das nicht nebenbei machen. Kniebeugen sind für reine Bodybuilder einfach eine völlig ungeeignete Übung. Man kann Masse auf den Beinen aufbauen, komplett ohne Kniebeugen. Dafür sind Kniebeugen aber mit hohen Nebenwirkungen, also großem Verletzungsrisiko und auch noch anderen Reizstellen versehen. Und das ist nicht effizient. Ihr wollt Bodybuilding machen. Ihr wollt, dass die Beine dicker werden. Ihr wollt nicht kräftiger werden. Ihr wollt keine funktionalen Sachen einbauen, wie zum Beispiel, wenn ihr Gewichtsathleten generell seid. Dann muss man das können. Dann müsst ihr mit dem Gewicht hochkommen können. Beim Bodybuilding nicht. Ihr wollt nur, dass die Beine dick aussehen. Und das ist so ähnlich, wie es auch teilweise bei Supplements, bei Stoff, bei Ernährung ist. Wenn ihr irgendwie, wenn da draußen Stoff ist und der kriegt, sagt, okay, die anabole Wirkung des Stoffs ist zwar sehr gering, aber dafür hast du viele Nebenwirkungen. Macht man es dann? Nee. Natürlich bringt es ein bisschen was, aber so sind Kniebeugen. Alleine, dass ihr eine Handelstange hier oben habt oder frontal geladen habt und ihr wisst, wenn ihr das mit vernünftigem Gewicht macht, mit dem ihr 15 Wiederholungen machen könnt und ihr habt schon ein paar gute Stelzen da unten, dann ist das schon so einiges. Wenn die da mal runterprotzelt und sonst was, dann ist das Kacke. Jetzt kann man denken, okay, dann bist du vielleicht einfach nur eine Pussy, wenn du davor Angst hast. Es geht aber um noch viel mehr. Wieso sollte ich eine 180 Kilo Stange auf meinen Nacken tun, auf diesen Muskel? Und dann hatte ich auch wirklich schon immer kleine Blutergüsse und so, selbst wenn ich ein Handtuch darunter tue und das auf den Schultern tragen. Und meine ganze Wirbelsäule, egal ob ich die vorher im Rücken trainiert habe oder nicht oder sonst was, die muss dieses Gewicht tragen, dafür, dass ich die Beine trainieren will. Ist auch nicht unbedingt nötig. Bei den meisten Beinpressen brauchst du das nicht. Das ist viel schonender für die Wirbelsäule. Auch da gehe ich auf die Isolation, auf maximale Regeneration und schone meine anderen Muskeln. Die Technik ist eine der schwierigsten, wenn nicht die schwierigste überhaupt, damit die Hüfte unten nicht abklappt. Warum so eine komplexe Technik reinbringen, wenn ich es nicht muss? Da habt ihr noch ein Argument und jetzt kommen wir zum letzten Argument. Natürlich kann man auch viel während der Technik falsch machen. Auch da wieder Verletzungsrisiko ist natürlich grundsätzlich da. Bei der Technik selbst. Aber wir haben jetzt hier etwas, was ich auch noch lange lernen muss, um das vernünftig auszuführen und alles da rauszuholen. Wieso sollte ich mir das wiederum antun? Außerdem kann ich diese Übung fast nur in den ersten ein, zwei Übungen machen. Denn wenn man da wirklich konzentriert beibleiben möchte, dann schafft das zentrale Nervensystem, das nicht in der letzten Übung zu machen. Am besten auch noch nach dem Schultertraining oder so. Und hiermit kommen wir zum großen Argument danach noch. Zentrales Nervensystem und Regeneration. Diese eine Übung zerschießt so viele Teile, weil meine Wirbelsäule, mein Rücken das aushalten muss, die Konzentration und alles, was es mit sich bringt. Dieses relativ hohe Gewicht, weil ihr beide Beine benutzt, dass mein zentrales Nervensystem richtig leidet. Zwei Tage kann ich nichts anderes mehr trainieren. Ich bin so empfindlich, viele von euch vielleicht nicht. Und deswegen habe ich die Kniebeuge einfach immer ausgelassen. Sie bringt einfach nicht so viel. Das ist das Objektive dahinter und zusätzlich bei so einer zarten Gestalt, wie ich es bin, macht sie auch noch alles kaputt. Deswegen keine Kniebeugen. Dann lieber Beinstrecken, eine Beinpresse oder einbeinige Kniebeugen. Wenn ihr ein Bein hinten aufsetzt, die ihr nehmt nur noch ein Drittel des Gewichts und trotzdem sind sie mindestens so effektiv. Ausfallschritte das gleiche. Mit Ausfallschritten bewegt ihr nur ein Bein nach oben. Ihr könnt viel weniger Gewicht nehmen. Bei Kniebeugen wären es vielleicht wirklich nahezu 200 Kilo, damit ich 15 Wiederholungen mache. Dabei sind es dann auf einmal nur noch 100 Kilo. Für meinen Rücken, für alles andere, eine riesige Erleichterung. Für die Beine das gleiche Gewicht, weil jetzt nur ein Bein das macht. Also es gibt sehr viele sinnige Argumente, Kniebeugen einfach sein zu lassen. Und das größte Argument, das meistens die Leute haben, warum du Kniebeugen machen solltest, weil man das so macht. Das gehört einfach dazu. So wie Bankdrücken und so. Muss nicht sein. Hip Thrust. Hip Thrust ist, ich will jetzt nicht zu abfällig sein, ist eine Hipsterübung. Es gibt so ein paar Übungen wie Planks oder so, die kamen durch das Social Media Zeitalter raus. Und vor allem durch, ja, die Frauenwelt. Da bist du ja dann richtig angelangt, weil das vor allem eine Übung ist, bei der man relativ viel Gewicht bewegt, um dann den Hintern zu trainieren. Tatsächlich ist es aber auch eine Übung, die einfach sehr umständlich ist. Es sieht imposant aus und nur so kam es hoch, weil bei Instagram jemanden, die ganzen Leute ihre Videos gepostet haben, die irgendwelche Salzimplantate im Hintern hatten. Und dann haben sie Hip Thrust gemacht mit sonst was für viel Gewicht, denn sonst kann man das ja selten irgendwo zeigen, wie viel Gewicht man da drauf hat. Und dann kam diese Übung so hoch. Es ist eine Bewegung, die in der Natur kaum vorkommt. Also rein funktionell ist es wirklich nicht nötig, das zu machen. Der Hintern wächst bei allen Sachen, wo er die Beine benutzt, ordentlich mit. Ronnie Coleman hatte den krassesten Gluteus, den krassesten Hintern aller Zeiten. So sieht er aus. Und der hat noch nie in seinem Leben Hip Thrust gemacht. Gibt es ja gar nicht, diese Übung. Naja, und ihr seht, es kommt durch alles andere auch zustande. Deswegen, es ist so eine Trend-Social-Media-Instagram-Übung. Muss nicht sein, auch dieses Komplizierte, die Handgelstange da drauf bringen. Hinterher verletzt ihr eure Schultern damit. Denn wenn ihr da so relativ fortgeschritten seid, dann müsst ihr dann rausbringen. Es gibt ja sehr viele Gym-Fails, wo man sieht, wie Leute bei Hip Thrust dann irgendwie nicht mehr da wegkommen und das Gewicht, die erdrückt und sonst was. Alles nicht nötig. Ihr macht Bodybuilding. Heißt Effektivität. Auch hier wieder, wie bei den Kniebeugen. Ihr wollt mit möglichst geringem Aufwand möglichst viel rausholen und ihr wollt irgendwo Körperformen. Deswegen diese beiden Übungen nicht. Danke Yvonne für den Kommentar und dann kommen wir zum nächsten. Hier haben wir einen längeren von Jens Johann, der grundsätzlich sehr, sehr viel schreibt. Und das gefällt mir, das freut mich immer wieder von ihm zu lesen. Ich habe meinen Dreier-Split ähnlich deiner Vorstellung aufgebaut und eifrig dazu deine Tipps aus den vorherigen Videos. Berücksichtig. Kannst du mir nochmal kurz den Dropsatz zu den Schwacks erklären? Also meinst du Satz 1, dann Dropsatz, dann Dropsatz, anschließend Satz 2, dann Blablabla. Ich erkläre es dir einfach direkt, bevor ich versuche es nachzuvollziehen. Ein typischer Dropsatz ist, ihr nehmt ein Gewicht und macht damit bestimmte Anzahl von Wiederholungen. Jetzt bei Schwacks, ich mache es mal wieder, ich führe es mal mit Bizeps vor. Ist einfach immer veranschaulichender. Ihr macht quasi den ersten Satz, 8 Wiederholungen und dann schafft ihr nicht mehr, setzt es ab, nehmt die nächste Handel und direkt danach. Also da ist kein, am besten wäre es, wenn man einfach nur Gewichte von den Handeln runternimmt und ihr macht weiter. Darum geht es. Vorher vielleicht mit 20 Kilo, jetzt mit 10 Kilo macht ihr die letzten noch. Dann legt ihr ab. Das war ein Satz. Das heißt, das Typische kommt jetzt, Satzpause, 3 Minuten ungefähr und dann kommt der nächste. Und das ist wieder, ne. Erst machen und dann Gewicht reduzieren und weiter. Das sind typische Dropsatz. Rede ich also von 2 Dropsatz, dann meine ich diese beiden Sätze. Rede ich von einem doppelten Dropsatz, dann meine ich nicht 2 Dropsatz, dann meine ich einfach nur, dass man 2 Mal das Gericht verringert. Ein doppelter Dropsatz besteht also aus 3 Gewichten. Weil man einmal, wenn man einmal droppt, heißt das ja, ich gehe von 20 auf 10, droppe ich ein zweites Mal, gehe ich von 10 nochmal auf 5. Ja, das ist so der Unterschied. Doppelter Dropsatz bedeutet, ich reduziere 2 Mal die Gewichte, mache also 3 hintereinander. Und wenn ich einen normalen Dropsatz mache, heißt das, dass ich nur einmal reduziere. Aber ein Dropsatz ist ein Satz und dann wartet ihr 3 Minuten und dann kommt der nächste Satz. So wie beim normalen Training auch. Ich hoffe, das war jetzt so grob verständlich. Es wird auch noch ein Video zur Intensitätstechnik folgen, da werde ich es auch nochmal genau demonstrieren. Und ihr seht es auch bei anderen Videos. Bei einem Rückenvideo, bei einem Brustvideo, da habe ich teilweise Dropsatz drin. Und da seht ihr auch, wie ich die mache. Und ich habe meinen Trainingsplan, die Übung Butterfly Reverse bei den Schultern. Ist diese dort falsch und gehört eher zum Rücken? Grundsätzlich Reverse Butterfly, ja, gehört zum Rücken. Weil ihr steuert große Teile des Rückens an und da wollen wir ja nicht durcheinander kommen. Der hintere Delta ist sowieso beim Rücken zu 100% dabei. Und da ihr ja auch noch den Trapez drin habt und dergleichen, passt es einfach zum Rückentag wesentlich besser. Natürlich, um die Schulter zu vervollständigen, könnt ihr es auch als hinteren Delta Training machen. Da gibt es aber bessere hintere Delta Trainingseinheiten. Noch eine erstmal letzte Frage. Ich wechsle die Übungen von Woche zu Woche ab. Also Woche 1, Übungsportfolio 1, Trainingswoche 2, Übungsportfolio 2, Trainingswoche 3, Übungsportfolio 1, bla bla bla. Zum Beispiel in einem Woche mache ich freies Bankdrücken. In der folgenden Woche dann dafür Bankdrücken an der Maschine. Ist das in Ordnung oder würdest du von zu viel Vielfalt abraten? Grundsätzlich ja. Das Problem ist nämlich, du kannst es nicht mehr tracken und bei jeder Übung werden spezielle Hilfsmuskeln aktiviert. Jede Übung, das wirst du erfahren, wenn du mal wieder einen Trainingsplan wechselst, dann wirst du am Anfang fast bei allem Fortschritte machen. Aber hauptsächlich vom Gewicht. Das heißt nicht, dass dein Körper explodiert. Und wechselst du also von 3 Monate Kurzhantel, Bankdrücken auf der Schrägbank auf Bankdrücken, wirst du erstmal in den nächsten 2 Wochen gute Fortschritte machen, bis du dich wieder einpendelst bei dieser neuen Übung. Das liegt daran, dass dein Körper diese neue wieder lernt. Lernt, die speziellen Hilfsmuskeln zu aktivieren, die Bewegung zu vollführen. Und da bringst du ihn jedes Mal raus, wenn er jede Woche was anderes macht. Das heißt, diese vielen kleinen Hilfsmuskeln haben gar nicht die Chance, durchgehend etwas zu lernen, aktiviert zu werden, zu wachsen. Und das ist das Problem dabei, weshalb man bei einem Plan bleiben sollte, solange man Fortschritte macht. Deswegen tracken. Mein Planfortschritt ist meistens zwischen 4 und 8 Wochen. Dann mache ich keinen Fortschritt mehr. Außerdem vergeht bei mir sehr schnell die Lust und ich will was Neues machen. Deswegen wechsle ich tatsächlich meistens alle 4 bis 6 Wochen. Aber in den 4 Wochen ist es mir sehr wichtig, dass ich den wirklich einhalte und 4 Einheiten wirklich mal damit mache. Das ist nicht viel. Die meisten da draußen, denen würde ich eher raten, 8 bis 12 Wochen das zu machen. Aber dann gewöhnt ihr euch an eine Übung und holt auch das Maximale raus. Und könnt es tracken. Ansonsten wisst ihr einfach nicht, welche Übungen für euch gut sind und welche nicht, wenn es immer durcheinander ist und der Körper immer wieder von vorne anfängt. Gut. Also, das waren jetzt 13 knackige Minuten mit 2 Fragen, die ich beantwortet habe, beziehungsweise da waren ja noch mehr drin. Wie immer, wenn es gefallen hat, aber vor allem in die Tasten hauen, schreibt, damit ich ordentlich weiter diese Videos machen kann, wenn sie euch gefallen. Und abonniert, damit ihr auch nichts verpasst und das Ganze seht. Ich verabschiede mich damit. Wird ja auch langsam dunkel hier. Euer Gotti. Bis bald. Ich verabschiede mich damit. Ich verabschiede mich damit.